Deutschlands Brücken sind marode. Bei knapp 6.000 von ihnen besteht akuter Handlungsbedarf. Rund 12.000 Abschnitte sind nur noch in einem ausreichenden Zustand. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch sie baufällig sind. Der Verfall ist bedenklich. Millionen Quadratmeter müssen dringend repariert werden. Problem, fast 90 Prozent aller Brücken sind aus Beton. Dies entspricht einer Fläche von knapp 27 Millionen Quadratmetern in Deutschland. Äußere Umwelteinflüsse greifen die Bausubstanz der Brücken an. Ein Problem, das auch Häuser und Denkmäler zu regelrechten Dauerbaustellen macht. Forscher suchen nach Lösungen, um den Verfall zu stoppen. Theoretisch kann so ein Oberflächenschutz über 100 Jahre hinweg effektiv sein. Doch kann das die große Wende für den Bautenschutz bringen? Baustelle Deutschland. Zerfall, Wiederaufbau und Schutz. Die Industrie steht vor einer großen Herausforderung. In Deutschland gibt es knapp 40.000 Brücken. Gut jede Achte von ihnen ist in einem kritischen oder sogar ungenügenden Zustand. Denn die Bauten der 1960er Jahre können dem heutigen Schwerlastverkehr nicht mehr standhalten. Folge, die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen sorgen für Tempolimits auf den Autobahnen, Staus und sogar Vollsperrungen. Für die Logistikbranche eine Katastrophe. Und das wiederum legt unsere Wirtschaft zu Teilen lahm. Bis 2018 stellt der Staat deshalb 2 Milliarden Euro für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung. 10.000 Tonnen Stahl werden in einer Brückenhälfte verbaut. So kann die neue Lennetalbrücke mindestens 50 Prozent mehr Lasten vertragen als die alte. Neben der Überbelastung setzen auch äußere Umwelteinflüsse den Brücken stark zu. Susanne Martens ist bei dem Spezialchemieunternehmen Evonik in der Forschung und Anwendungstechnik im Bautenschutz tätig. Sie sucht nach Lösungen, die den Stahlbeton optimal vor Witterung schützen. Ein großer Teil der Brückenschäden wird verursacht durch Wasser oder durch eindringende Tausalze, die explizit im Winter eingesetzt werden. Also um Brücken frostfrei zu halten und einen sicheren Verkehr zu gewährleisten, wird eine Menge Salz gestreut. Dieses Salz kann in den Beton eindringen und greift den Stahl in diesem Stahlbeton an, sodass Korrosion entsteht und das Bauwerk in dem Sinne dann instabil wird. Deshalb ist es wichtig, dass der Oberflächenschutz bei Brücken dem Streusalz entgegenwirkt. Um den Schweregrad der Korrosion im Stahlbeton zu überprüfen, orientiert sich die Chemikerin am sogenannten Korrosionsstrom. Bei geringen Korrosionsströmen ist man in der Lage, durch Oberflächenapplikationen diesen Korrosionsstrom komplett einzudämmen. Und dann geht es stufenweise nach oben. Also ab einem bestimmten Grad kann man sie dann nicht mehr stoppen, aber zumindest noch vermindern und somit die Stabilität des Bauwerkes hinauszögern. Aber ab einem gewissen Punkt helfen dann nur noch Instandsetzungsarbeiten. Das Geld für die Instandsetzung ist hierbei das kleinste Problem. Rund 33 Millionen Euro stellt der Bund für Ad-Hoc-Reparaturen zur Verfügung. Doch der volkswirtschaftliche Schaden ist umso höher. Allein die mehrmonatige Sperrung der A1 bei Leverkusen für den Lkw-Verkehr kostet hunderte Millionen Euro. 15.000 Lkw sind täglich davon betroffen. Anhand eines vorbehandelten Probekörpers zeigt Susanne Martens, wie tief das Sanierungsmittel in den Stein eindringt, sodass er umfangreich geschützt ist. Nachdem wir den wässrig basierten Farbstoff auf die Oberfläche drauf gemacht haben, kann man hier sehr deutlich erkennen, dass der Stein diese Farbe nur da annimmt. Also dass das Wasser nur da aufnimmt, wo eben keine Hydrophobie vorhanden ist. Das heißt, der äußere farblose Bereich ist das, wo wirklich der Aktivstoff an den Stein gebunden hat und effektiv gegen Wasser ankämpft. Deutschland steckt in einer Infrastrukturkrise. Bei rund 2.550 Brückenteilwerken besteht aufgrund ihres schlechten Zustands Handlungsbedarf. Schuld daran ist die zunehmende Belastung durch den Lastwagenverkehr. Bis 2030 soll dieser um 20 Prozent steigen. Hinzu kommen witterungsbedingte Schäden. Von diesen sind ebenso Großbauten und Denkmäler betroffen. Ich kann an dieser Wand mal kurz zeigen, wie schön oder wie effektiv so ein Hydrophobierungsschutz wirkt, wie gut das Wasser abgewiesen wird. Man sieht richtig, wie das Wasser von der Wand abprallt. Jetzt können zum einen eben keine Schadstoffe mehr reingetragen werden oder es kann auch nichts aus dem Stein letztendlich herausgewaschen werden. Die Wände sind nicht feucht. Das heißt, auch im inneren Raum gibt es keine Probleme, heizungstechnisch oder auch mit feuchten Wänden. Man sieht das auch immer sehr gut unten, dass dann kein Mooswachstum nach oben kommt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sandstein trotz Imprägnierung atmungsaktiv bleibt. Oberflächenschutzmittel aus der Chemie sollen helfen, die Lebensdauer von Brücken zu verlängern. Wie effektiv diese sein können, macht der sogenannte Karstenröhrchentest deutlich. Susanne Martens zeigt, wie sich die linke unbehandelte Oberfläche im Gegensatz zu der behandelten Rechts verhält. Es wird eine stehende Wassersäule auf die Oberfläche aufgebracht und der Wasserstand nach einer halben Stunde, nach zwei Stunden und nach sechs Stunden abgelesen. Und wie man jetzt hier auch gerade schon sehr schön sehen kann, zieht der unbehandelte Beton das Wasser auf. Die Wassersäule erniedrigt sich, während die Wassersäule auf dem behandelten Beton gleich bleibt. Selbst bei hohen pH-Werten innerhalb des Betons, der die Stahlarmierung schützen sollte, verursachen chloridhaltige Salze, fortlaufende Korrosion und es kommt zum gefährlichen Lochfrasen am Stahl. In der Anwendungstechnik sucht man daher nach Mitteln, um den Beton von vornherein besser zu schützen. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass man der Zement- oder der Betonmischung am Anfang bereits einen Wirkstoff zusetzt. Die andere Möglichkeit, die vor allem bei bereits bestehenden Betonkonstruktionen, Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt wird, ist ein flüssiges Silan. Dieses flüssige Silan wird durch Aufsprühen auf die Betonoberfläche eingesetzt. Das Material oder das Produkt kann dann in den Stein eindringen und dort effektiv der Korrosion vorbeugen. Um die Schutzwirkung unter verschiedenen Einflüssen zu messen, legt Susanne Martens behandelte und unbehandelte Probekörper in salzhaltige Lösungen. Also theoretisch kann so ein Oberflächenschutz über 100 Jahre hinweg effektiv sein, aber das kann man nicht so allgemein sagen. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, welchen Belastungen die Oberfläche ausgesetzt ist. Also welchen Witterungsbedingungen, welchen Belastungen, wie zum Beispiel Autoverkehr auf Straßen oder viele Menschen, die über die Oberfläche drüber laufen. Bei der heutigen Verkehrsbelastung kann man davon ausgehen, dass der Schutz nach rund 25 Jahren erneuert werden muss.